Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Super Mario Land 2 oder Mario Land 2? Ich weiß es immer noch nicht gut man ist ja hier beim Endboss und man weiß immer noch nicht wie das Let's Play wirklich heißt das ist jetzt so eine komische eklige Stimme gewesen die ich irgendwie gerne nachmache ähm nö ich war wusste es ey man ok wir versuchen hier einfach nicht zu fehlen hier abwarten und hier rüberspringen das ist jetzt keine Kunst außer das das war Kunst gut wir haben noch ein Leben und wie gehen wir damit um wie gehen wir damit um ja gute Frage nächstes Mal äh sorry ähm namm 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 so alles happy wir haben nur ein Leben also ich möchte es mir unbedingt aufs Spiel setzen also ich versuche jetzt trotzdem äh äh nicht äh äh pardon ich versuche jetzt nicht mit der Absicht zu sterben oder ähnliches natürlich war ja unberechenbar ja sowas ist sollte schon ausgegrenzt werden beziehungsweise rausgeschnitten werden so es sich auch so sieht ja alle 500 Meter so ein State zu machen damit ich immer die Hälfte nicht mehr machen muss okay schwein gehabt hier würde ich jetzt einen liebsten eins machen oder auch nicht um sag mal schchafen ne he 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 hier habe ich uh einfach mal machen ehm ähm äh äh ähm äh um ähm ähm äh eh aber ich will halt auch was schaffen also ich will dass ich will ja eigentlich nicht jetzt hier extrem schädig machen wie ihr das sehen könnt und werdet und tun gut ich warte noch mal sicherheit habe gut hoch mit uns bis jetzt klappt ich habe nichts gesehen ja außer dass es dennoch schönen dann auch dafür sind so eine fälle da immer gut zu brauchen ich weiß nicht ich sehe schon die kommentare ob es das war für sie jetzt schon die kommentare schicht der ist mir doch egal ist mir aber auch egal also wenn ich kurz mit nahe mit namen mache also sprich hier keine ahnung mega fehlt sind ein paar acht oder wie auch immer ist mir das hat sich jetzt gerade egal dann schreibe ich halt auch sheeting vor er war oder hat der romain das hat mich ziemlich erschreckt sdg ja gut was mir war ja war das damals auch schon so ob es ist ja ja überspringen gut wir wissen was haben okay ich mache da was falsch ich gebe es so ich versuche da so ein Zyklus raus zu finden auch was heißt ein Zyklus oah nein ich dachte ich bin so ein locker und ich darf es den jetzt zu meistern aber gut man kann ja nicht alles haben jetzt noch kleiner als ich war und jetzt sterbe schon wieder auch man so wie alles alles nicht mehr absicht hier springen wir wieder hier springen wir wieder rein ist mir jetzt auch egal hat es nicht so ok wir wollen ja einfach nur dass wir schaffen und auch nicht ja es tut mir förmlich das ist ja auch nicht so gut naja gut hätte klappen können natürlich trifft wir haben mich auch noch und ich sollte springen üben springen ja hier kannst du wohl perfekt springen das stimmst du sogar noch falsche du Arschloch ähm sorry ob sie tut mir leid ich hab nichts gesehen ups das war zu weit hab nichts gesehen das war auch zu weit ok ich glaube ich kann mit dem richtigen Sprung das rüber schaffen könnte ich aber ich mach es jetzt nicht jetzt aber echt jetzt ne ich hab jetzt kein bock ja was ist das ok ich glaub der recht sich jetzt langsam jetzt das sechs was ich hier veranstalten ojoej da haben es geschafft nach der nächste Woche da kommt jetzt immer was böses kommt ne aber an die komischen hammering von zu brechen ich war nicht rein ein erster ich glaube jetzt kommen doch die ersten noch nicht okay geht's drum so wenig wie also so kurz wie möglich draufzustehen sind sie nicht groß zu sein sollte darauf haben sie es abgesehen dass die menschen von heute immer auch klein bleiben ich glaube das kann auch gar nicht groß schaffen ohne dann immer dran zu wendel so ja ist blöde wie gängig zu speichern okay das ist ja noch und weil ich kann einfach mal durch wenn es ist unser erster gegner aber nun sei auch so ja es ist ja nicht unser letzter muss man dreimal treffen dreimal ja oder sich treffen lassen ist auch eine möglichkeit noch sollte die noch nicht kennt einfach treffen lassen gut noch mal eins ich kann schon weiter geht ja nicht so und dann so danke da haben wir den geschafft ich sollte nicht mehr jeden speichern sorry sollte ich theoretisch nicht aber heißt ja nicht durch die immer jedes mal benutzen muss okay die muss ich jetzt gerade benutzen aber ich denke mal ja gut hier was gespeichert musst du ja am ende nicht benutzen oder so ich auch die möglichkeit ne ok nummer 1 ich habe mir damit echt die zähne ausgebissen wenn ihr wissen wollt dass ich das gemacht habe ich werde das wohl keiner wissen nö da würde ich nicht aber auch ziemlich fies gemacht du kommst rein so und ist gleich attackiert ne ok beste taktik ist abwarten abwarten und tätigen und stehen bleiben ok zwei auf einmal zwei auf einen streich ok ne ok da sollte ich noch warten ich ich mutte mir zu viel ich mutte mir so ok gut warum auch nicht ok nummer eins ist schon weg nummer zwei ist auch weg ich würde schon sagen so gehen wir rein kriegen ein item und spielen gegen das gleiche spiel ne gut hier schwimmen gegen barrio der altmodische bis hin kam ich damit echt nicht ok ok so klappt schon mal nicht du hanswurst so warst du es nicht mit mir also so ne das war zu schnell ok ok das hat ja schon mal nicht geklappt ok das hat auch schon mal nicht prima geklappt bling hat es gemacht hey ich glaube da würde jemand was von mir ich würde zweifeln eigentlich nur wenn es wäre was von mir echt echt weil ich jedes mal drauf rein auf den scheiß von dem echt gut merken stehen bleiben nicht zu übertreiben weißt du dich da jetzt echt so sehr aber jetzt geht es noch weiter naja ich dachte er rennt mich jetzt um mit einem Sternpower-Ding-Funk ach wir sind hinterher natürlich mit mir und ausfällt outfit mir und ausfällt vor allem natürlich das auch nach der richtigen 20 nummer ein war doch gerne bis vorunter kommt ok das war ok das hätte nicht sein müssen ne so so nicht mal freund ne so nicht mal freund ja so hat man eigentlich auch nicht gewettet so hat man eigentlich auch nicht gewettet und dass mein controller fight drum spielt auch nicht deswegen hätte ich das lassen irgendwie laut hast du zu drücken um was zu überspringen ok gut genug übersprungen ähm so nummer eins ha nummer zwei nummer drei haben wir jetzt echt geschafft ich weiß es noch nicht aber ich nehme an nicht pilz nö falls wir auch noch klein sind das ist sehr nice oh ne leck mich doch im Arsch ne so spielen wir nicht nur mein freund ne 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 den fies gemacht ey das hat mir schon voll gefällt ne das war der dritte und ich glaube der letzte verenden Schlag jahre auch ein kleiner Kobold in Güte kommt er gleich auf Ost nicht weinen mein kleiner brauchst nicht weinen alles so gut und ich ab Prozent das habe ich gemacht warum mach ich die Burg kaputt ich hab sie nur um umrenoviert okay ja das weh muss noch zu den enden dreh dich um dreh dich um dreh dich um na komm hast du bald geht doch ein end das bedeutet wohl nichts anderes als ich das spiel durchgespielt habe thank you mario your quest warum meine mission ist schade 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 ja noch ein paar bilder und meine letzten worte ne mario land 2 ist der ok ja das ist nicht um wirklich direktor ach keine ahnung irgendwelche japanischen menschen ja abschlussworte von mir aus schicke spiel hat mir sehr gefallen und ja ich jetzt am ende ein bisschen geschädigt aber es schießt von mir aber wer will sich den 500 feld angucken ne wer will das wer will das wer will das ich eigentlich nicht wirklich also das muss nicht sein aber gut ich finde das spiel hat spaß gemacht und wer ein gameboy hat und jetzt ein spiel hat spielt es es macht spaß also ich kann es immer nur empfehlen wer halt kein gameboy hat es gibt emulator so ist es nicht gut ansonsten möchte ich nicht weiter irgendwas dazu sagen es hat mir sehr spaß gemacht und es ist ein kleines kurzbrück kann man sagen mit neun parts oder zehn parts ich glaube an neun ja was wollen wir mehr verlangen ne ein altes spiel und ich bin noch am überlegen ob ich ab und zu mal doch noch so ein retro spiel reinklappe wie halt das in der art halt gameboy style ich hätte da auch noch mangeland 1 glaube ich war das auch noch ein petto aber ich weiß auch nicht so gerecht auf jeden fall das spiel wollte ich unbedingt spielen und es hat mir sehr spaß gemacht halt ich hoffe es hat euch spaß gemacht beim zuschauen und ja ach du heiliger warum müssen das japaner testen ja gut ich beende hier das let's play und den part und auf wiedersehen bis zum nächsten projekt